Ich habe Angst. Oh Gott! Ich habe bei den Geld! Und wenn man es am wenigsten erwartet, dann kommt Durchfall PvP! Hallo und herzlich willkommen! Ich bin Gustav mit F und das eine neue Folge von NIE VOR VIE! NIE VOR VIE! NIE VOR VIE! NIE NIE VOR VIE! Die Serie, in der ich Feeds reiße mit Spezialisten. Diesmal bin ich aber nicht alleine. Ich habe Fun2 dabei! Hey Leute! Oh mein Gott, ich bin so froh, endlich mal etwas mit dir aufzunehmen. Alleine. Machen wir sonst nie. Wird wunderschön. Gestern die Aufnahme bei Fun2 war nämlich schon richtig geil. Die werde ich euch auf jeden Fall auch unten verlinken. Und falls ihr die Serie nicht kennt, es bedeutet wirklich, dass ich einfach versuche mit den Spezialisten. In dem Fall ist es der Prophet, also der Sturm. Und ich versuche damit Feeds zu reißen. Klar ist es sehr unwahrscheinlich ein Feeds zu reißen in einer Aufnahme. Das ist halt einfach schwer und viel von Zufall abhängig. Aber wir versuchen auf jeden Fall 10 Abschlüsse damit pro Spiel zu schaffen. Das ist so das Ziel schlechthin für mich. So, Sturm raus. Ja, ich habe ihn auch, ich habe ihn auch. Ich warte noch auf den perfekten... Ich werde geboxt. Der perfekte Moment ist weg. Nummer 1. Guck mal, es geht los. Wo ist der Nummer 2? Hier oben ist einer. Oh, was? Nummer 2. Okay, das war eine ganz komische Situation. Er ist durch mich durchgesprungen und hat einen Raketenwerfer geschossen dabei. Oh nein! Hey Maker, dein Ernst? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Nein! Ich weiß nicht, was mit den Nades los ist, ne? Die klebt man dir. Zieh die an die Dinger. Oh, durch die Wunde! Okay, hier drin ist voll viel, weil ich nehme Sturm und jetzt im Haus. Jetzt geht es richtig ab. Für mir geht es auch los. Nein! Er hat mich geboxt. Ja! Überschlag! Nice! Hol sie die alle! Ah! Ah! Das ist ja noch nicht, ne? Dieser Autostyper-Typ! Boah! Also, ich weiß, das sagt man eigentlich nicht, aber das macht er schon nicht schlecht. Und diese Affe mit Waffe hat so eine kacken Verbindung! Das ist unfassbar! Ey, komm! Er hat... Ich wollte gerade sagen, er hat einen normalen Ping eigentlich. Was hat der so? Komm! Geht immer hoch auf 100 irgendwas. Achso! 2! Oh! Nice! 7! Oh! Der Überschlag! Er wollte gerade einen Showstopper machen. Also, äh, hier. Ne? Oh! Noch einen! Noch einen Überschlag! Komm schon! Ja! Nice! Und wenn man es am wenigsten erwartet... Dann kommt Durchfall! Das ist schon geil. Boah! Krasse erste Runde so für den Sturm. Ich finde den Sturm sehr, sehr schwer, würde ich nur einmal dazu sagen. Deswegen habe ich den auch so lange aufgespart. Ich finde es nicht schwer, damit Kills zu machen. Ich finde es schwer, damit zu überleben. Warum guckst du nicht hinter dich? Ich weiß, dass Leute hinter dir sind. Na, sag ich doch. Ey! Wehe du nochmal! Ja! Ja! Oh! Dann nochmal den Sturm. Komm! Boah! Sturm raus! Wo sind ihr? Wie habe ich den nicht getroffen? Nein! Aber solange wir beide die ersten beiden sind, kann ich damit leben. Ich will die ganze Zeit Fantu Schmantu sagen. Aber ich glaube, dann wirst du mir böse werden. Mach mal! Mach mal! Teste mal! Zeig mal! Okay, Strom geladen! Ich habe ihn auch! Ich habe ihn auch! Eins! Klaren wir uns hier gegenseitig die Kills! Ist okay! Oder auch überhaupt nicht mal! Oh! Mit der P06-Camp da oben! Nein! Wo? Nein! Aber ich habe drei Kills gemacht! Woo! Yeah! Wenn ich vergleichen muss, Sturm mit zum Beispiel Annihilator, würde ich Annihilator jeden Tag bevorzugen. Einfach eine Waffe, die One-Shot machst und sofort schießt! Geil! Nein! Und Auto-Shotgun! Ja! Ich habe ihn aber! Komm raus damit! Nein! Oh Gott! Ja! Ey! Wie viele Kills hast du schon mit dem Blitz? Vier jetzt eher! Ich habe jetzt nur einen nochmal geschafft! Aber wir haben gemeint, wir zählen zusammen, ne? Das heißt, wir haben jetzt vier! Oh! Du hast einen Hater? Nice! Oh! Schi, schi, schi! Das ist mir viel zu laut hier! Oh! Ich habe ihn doch getroffen! Was? Okay! Die sind jetzt einfach überall, oder was? Die sind auch wirklich einfach neben mir gefahren! Wie der Ball! Oh! Yes! Oh! Oh! Komm! Noch einen! Nein! Ah! Nein! Ey! Ganz ehrlich! Die FFR aus der Hüfte ist einfach der letzte Dreck! Wo? Wo? Was? Da ist der Box! Den hast du geboxt! Der Typ hat mich getötet! Ich wusste, ich habe nicht mal gespürt, wo er war! Ja! Um ehrlich zu sein, habe ich aufgehört zu schießen, damit ich im Boxen kann! Oh! Oh! Er schießt mich nur deswegen! Sowas nennt sich Freunde! Ich spiele übrigens mit der Tryhard Brille! Nicht, dass du dich wundernst, warum ich so gut bin! Oh! Oh! Ernsthaft! Uuuuuh! Da hatte das nicht rein! Ich wollte gerade sagen, das werde ich nicht reinschneiden! Wer spielt Reiniger? Wer hätte das gedacht? Der Typ kann nichts anderes! Ich möchte einmal... Manchmal hätte ich echt Lust, die Leute zu treffen! Am Kragen packen und einfach so ein bisschen schütteln! Einfach nur so... Hör mal, komm auf dein Leben klar! Mit dem Bein so ein bisschen anstupsen! Was? Norman! Ey, Mann! Nicht Norman! Nein! Ich hab, ich hab, ich hab... Eins, zwei! Wo sind sie? Drei, vier, fünf! Was? Der Sturm wird ausgepackt! Meine Ansprüche sind nicht so hoch wie deine! Ich hab was für dich! Oh! Ich sterbe! Ich schaffe nicht einen! Leute! Mit Schaft auf SMG sind schlechte Menschen! Bitte einfach! Ich hab meinen Sturm auch bereit! Ja, natürlich! Ja, wahrscheinlich! Wie denn wohl? Wahrscheinlich hat er das mit einer Waffe erreicht! Ich schmeiß gleich meine fucking Maus an die Wand, Alter! Du kleiner Pisser, Alter! Pisser! Ich versuche niemals, Leute in diesem Spiel zu beleidigen, ne? Aber das regt mich so dermaßen auf! So, ich hab meinen zweiten Sturm! Mal sehen, ob damit was geht! Ich hab grad schon vier Kil- Fuck! Und man hat immer die Wahl zu sagen, Ja, ich weiß, dass es OP ist und deswegen benutze ich's nicht! Die Wahl hat man immer! Fringe! Immer wieder! Fringe! Ey, du hast so ne schöne Stimme! Dankeschön! Das war auch nicht das Effekt-Gerät! Wann kommt dein Song? Ja, was heißt mein Song? Ich bring ein Album raus! Ich bin gleich am Anfang! Oh, schade! Ich hab... Oh! Was? Oh! Jemand geschlagen! Läuf! Ich glaub, der Typ hatte sich selber gestunnt! Nein! Ich krieg den noch! Komm! Nein! Ich will nicht sagen, dass ich in deren Spawn gelaufen bin! Aber ich glaube, ich hab die Spawn gesehen! Aber ich glaube, ich habe die Spawn gesehen! Ah! Es ist schade! Was? Brötchen? Brötchen! Achso! Kannst auch Brötchen essen jetzt, wenn du willst! Brötchen! 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 Teilen wir uns da... Er liegt hier auf den Boden! Bin eh keine! Brötchen! Wie, du bist da hinten und hast keinen gefunden? Hier ist einer! Jawohl! Ein Sturmbuss! Ich hab keinen einzigen bekommen! Der Klassiker! Ich hasse es so sehr! Über die ganzen Sätze laufen und dann spawnt einer hinter mir und schießt mir im Recken! Oh! Hu! Ich hab Angst! Ja moin! Ich hab Angst! Oh Gott! Waaaaaaaaaaaah! Ich hab beide! Was denn jetzt los? Mit dieser Kampfeschrei gerade! Ich kann nicht mehr! Genau, töte die! Der andere! Hast du ihn? Okay super! Da ist einer reingesprungen! Ja, um, um, um. Ah, nein, er haut mir! Er hat fucking Shadow Claw! Oh, mir wird schwindelig, weil ich so geschrien habe. Ja, nur wenn einem schwindelig wird, hat man richtig geschrien. Aber gerade eine geile Szene, wie ich da reingerannt bin und einfach... Get rekt! Was? Kann man bitte einen erklären, was er da sagt? Er macht einfach lustige Geräusche. Yes! Wo ist er dir? Oh, nein, 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 ich habe keinen Boost zum Boosten. Eins? Nein, ich habe nur einen bekommen. Mit dem... Was? Und er ist schon tot, ach man. Gott, er ist so viel gesprungen. Drei? Weil, nur damit ist er ja OP, ne? Ja. Das Ding, das Ding ist halt echt schlimmer als alles. Ja, ja. Oh mein Gott! Get doch alle rekt! Get doch! Ich liebe es, wenn ich denglisch rede. Get doch alle rekt! Ich bin kurz vor Hater. Nice. Wir haben doch schon einen. Achso, wir haben einen. Aber deswegen bin ich kurz vor Hater. Hahaha. Ich denke mir schon, hä? Aber gegen so viele Käse jetzt plötzlich. Oh, Gerd! 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 Die kommen da alle! Die kommen da alle! Das ist... Das ist mein Moment. Okay, warte. Ich lasse die, ich lasse die. Ich geh weg. Ich geh weg. Hol den dir! Hol den dir! Die sind alle hier. Also, ich hab auch... Oh, komm! Ja! Nummer eins! Oh, ich bin auf dem Laden los! Ja! Nummer zwei! Oh, yes! Was für ne Runde gerade! Ey, wir sind die besten Sturmspieler der Welt! Wo ist er? Jetzt geht's richtig ab! Yeah! Get ricked! Ich mach die Halle fertig! Hast du den? Ne! Was machst du?! What?! Ich hab keine Munition! Hahaha! Der war so ne... Der stand nur rum! Ich dachte, ich kann ihm gleich boxen! Oh mein Gott! Das... Das... Das ich... Boah, was für ne Runde! 31,3,29,3! Wir haben den Boden mit denen aufgewischt! Lass mal noch nicht auf dem Spiel! Das hat Spaß gemacht! Ich war... Ich war... Ich war... Die... Ich war so richtig gut drauf! Geh um die Ecke und er knallt mir das Ding in den Mund! Ich bin jetzt einfach nur am Schreien gewesen! 5-0! 5-0! 5-0! Was?! Und dann direkt hinter mir! Warum?! Weil... Fringe! Immer wieder Fringe! Ist halt immer so! Das war mal die Nuklear! Und der Sponsor hat mich kaputt gemacht! Das war die... Das war die Nuke! Ufff! Ufff! Okay! Ist der Durchfall PvP bei uns oder gegen uns? Doch, da ist er! Ja! Unten links! Nice! 0,3 AKD! Vielleicht kriegen wir den auf 0,2 AKD runter! Ist unser Ziel jetzt! Ich find gegen Ripper kann man sich wehren, gegen Reiniger nicht! Du hast grad so gescuffed, ne? Ich hab das gesehen! Das ist halt so in dem Game! Ja, ich weiß! Das nervt mich ja selber! Aber das sah so lustig aus! Du bist halt wirklich am scuffen gewesen wie sonst was! Okay, mein Sturm ist ready! Meiner jetzt auch! Nice! Blutrünstig! Dann und dann kommt Durchfall PvP! Guck dir mal seinen Aim an! Yeah! Durchfall PvP! Oh! Umdrehen! Und dahin! Meine, 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 meine! Oh! Gepre-Aim! Oh! Oh! Yes! Genau sowas brauch ich! Nice! Uh! Ich hab die gar nicht gesehen! Vier! Ja! Da war der inzwischen! Und noch fünften hab ich auch noch bekommen! Und Feier! Und Feier! Genau! Oh! Das war nice! Der Sturm ist so emotional mit dir gerade, Fantu! Das war das krasse im Sturm! So, man verschießt man mal richtig doof! Ich auf jeden Fall! Aber manchmal geht's halt auch einfach mega gut! Ja! Mir geht's genauso mit dem Verschießen! W-w-w-w- Ich stand in der Ecke! Ich kann die Szene einfach nicht akzeptieren! Ganz ehrlich! Er ist dort unten im Wasser! Oder irgendjemand ist da unten im Wasser! Okay! Aber er ist schneller in dieser Ecke als ich! Guckt euch das Ganze nochmal an und dann gebt mir eine Erklärung! Oh Mann! Da hat sich fällt! Nein! Er hat Bäume! Was? Fäuste! Er schlägt einfach auf meine Fußsohlen! Und meine Fußsohlen sind so... Spring über! Spring über! Spring über! Yes! Oh! Nice! Der Triple! Man muss ihm nur gut zureden! Mein Wächter hat einen Kill gemacht! Nice! Da weiß man, dass man es geschafft hat! Alles erreicht! Ja! Das ist Black Ops 3 durchgespielt! Oh! Durch von PvP ist in der Kill Camp! Das wünsche ich mir doch! Boah! Das war noch eine richtig geile letzte Runde würde ich sagen! Auf jeden Fall! Holy crap! Du hast den Triple Feed gehabt! Ich habe den Triple Feed gehabt! Ja! Wir hatten nicht den Quad! Natürlich nicht! Nice! Boah! Das war wirklich... Ich muss sagen, da war ein bisschen Rage drin! Aber nur minimal! Also... Eine kleine Prise Rage! Genau! Eine kleine Prise! So wie Salz auch dabei war! Vielen, vielen Dank, dass du dabei war! Es hat richtig Spaß gemacht! Sehr gerne! Wie gesagt, wir haben auch mit Phantom ein Video aufgenommen! Ich werde das Video bzw. seinen Kanal auf jeden Fall unten verlinken! Lohnt sich sehr reinzuschauen! Irgendwann hat einen unfassbar lustigen Humor, meine Meinung nach! Der war sicherlich nicht das einfachste zu verstehen ist! Aber das macht es umso besser, denke ich! Ich mag deine Videos in letzter Zeit, die du so geändert hast! Also deine Schneideart! Das finde ich richtig cool! Danke! Da wird ja fast rot! Da wird ja fast rot! Für mich würde es einfach noch freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet, dem jungen Mann eine Chance gebt sozusagen, falls ihr darauf Lust habt! Und danke! Von da aus könnt ihr dann selber weitersehen, ob es euch gefällt! Wir sehen uns dann also morgen Samstag, 18 Uhr bei einem Stream! Und euch noch einen wunderschönen Freitag! Macht's gut! Und wenn man es am wenigsten erwartet... Dann kommt Durchfall PvP! Wir sehen uns dann einem Tag! Bis zum nächsten Mal! Mach da aus! Wir sehen uns auf den nächsten Mal! Wir sehen uns auch vorbei!